Schalvea Näht Heute ein Crunchy Haargummi Während ich die Handtasche gemacht habe, habe ich Reststoffe davon genommen und ein Haargummi gemacht. Das sind ungefähr 30 auf 8 cm, es geht aber auch 40 auf 10. Dann wird erst die schmale Kante komplett vernäht und dann wird das eingeklappt. Ganz klein in der Mitte und etwas größer außen rum. Jetzt wird außen genäht und dann immer weiter gezogen, sodass ich mir quasi selber einen Schlauch nähe. Nicht komplett zu, ich muss ja noch irgendwie das Ganze wieder rauskriegen. Hier also die Wendeöffnung und da ziehe ich das Ganze raus. Da haben wir schon mal einen sauberen Schlauch. Durch die ziehen wir jetzt das Gummi. Auch hier muss man ungefähr messen, wie eng man das haben will. Ob nur als A-Band oder als Armband oder als Kombination. Wenn die beiden Sicherheitsnadeln raus sind, vernäht man das Ende. Entweder von Hand oder wie hier mit der Nähmaschine. Und dann wird diese Wendeöffnung geschlossen. Ich mache das jetzt hier ganz unkompliziert mit der Nähmaschine drüber. Und dann werde ich das nach innen wickeln. Dann sieht man es ohnehin nicht. Ungefähr so. Fertig. Und das ist das ganze Set. Wie man das Mäppchen macht, habe ich euch auch nochmal verlinkt. So kann man sich ein schönes Set machen. Viel Erfolg kann man nachmachen! Untertitelung aufgrund der IText. Untertitelung des ZDF, 2020